konntest du alle drei fehler in diesem short finden schreibt sie auf jeden fall in die kommentare was für ein schöner tag auf jeden fall hier im wüsten dorf hier sehe ich noch keinen fehler hier ebenfalls nicht hier ist auch noch nichts ganz anders oh sehr schöne truhe danke für den staff